studio suchen und zerstören okay die will ich mir auch angucken ich glaube die wird richtig hammerbomb ich finde bis jetzt alle maps gut außer die mit der lava ich finde alle gut die anderen finde ich richtig geil und die mit der lava nur so sehen nur dieser alien das sieht aus das ist genau so ein alien wie bei krieg der welten oder wie heißt ja krieg der welten die so eine heftigen geräusche machen das sei auch so sein ich glaube hier so und zerstört mich scheiße ich bin ne wo seid ihr ich bin ich weiß wo ich bin ich guck gerade genau aufs mittelgebäude als vorgabe ich finde hier das voll geil in der mitte kommt mal her wo das sind also ohne kill jetzt jonas der josh ohne kill hat gesehen du hast mich gesehen ja komm her du hast gesagt ohne kill ich hab sogar auf dich gezielt und nicht geschossen und dann hast du es jonas erschossen ich wollte auch eigentlich da langlaufen und gucken dann visiert josh an sauberer kill das hat dich aber auch gut angedamaged so jetzt lass uns die map einfach mal gucken kommt mal in die mitte das sieht richtig geil aus ich will zu den dino okay ich schieße jetzt ehrlich nicht wir haben die leute kann mal hier hin wo ist der dino ich habe dich gesehen in der märkte mehr ist da und hinter dir das sind schnellen heilen warte mal komm und komm herr josh und nirgendwo ja und die die wenn jetzt so langläuft ganz langsam dann lädt der schatten nach jetzt kommt der schatten erst mutter was zu tun war das film seit woher josh josh ja und spielzeugpanzer ah mann jetzt schenke ich das erst Godzilla heftig ja da hinten seid ihr gerade ja das ist richtig krass ich wollte ja dass ihr herkommt aber haben wir die chinesen und nein ich schwimme da lang schon geil sollst du mich verarschen nein voll gegen das schild gehauen zweimal ja ich dachte man kann irgendwie durch das daneben das schild zu messen so nein so funktioniert das definitiv die mail finde ich richtig awesome ja das ist echt die strotzt sowas von details ja das ist echt das ist jetzt okay eine runde noch mindestens wo habt ihr einen fisch gesehen also ich würde mir die schon länger angucken oh ein dinosaurier ja der brichter durch den zauern guck mal das alien-ding bewegt sich ladung scharf boah wenn du die dinge abschließt dann drehen die sich ich hab grad den Hai abgeschossen jetzt ist er nein diese Runde haben wir verloren du hast zuerst geschossen da ich hab grad dass ich dich da verfehlt habe total traurig dauer in der Ecke ist es Pinocchio oder rechts ja definitiv Pinocchio da ist noch ein weißer Heimlings alter man das ist so heftig die Ritterbohr die Mitte die finde ich so geil die Mitte ich muss mal da oben drauf ok jetzt bin ich in der Westernstadt gespawnt da ist sogar ein Geigen guck mal Jonas das hier ist doch exakt genauso oder dieser Felsen gegenmaßnahmen aktiv ja ungefähr das witzige ist halt dass die Map halt das sie schon mal gab aber halt total anders aussieht woher kommt man in den Greenscreen Raum hier das ist voll geil die Bombe ja hier bei B die Bombe so ich bin gerade bei den was hier drin von außen ist er viel größer muss er gucken da ist hier noch so ein ich schieß nicht hier wer hat geschossen ich hab geschossen wo kommt der Dino her hier Jonas welcher Dino der Dino kauft den von der Bombe ne da genau den warte wir können doch da oben rauf gehen komm mal mit auf diesen Sniper Punkt da haben wir die ganze Web bestimmt im Blick geht das noch ja man ja ja hier oben ein gerade der Turm dann ist dieses Bild das hier im Weg komm her und nein man kann da nicht rauf springen auf die Sachen da warum nicht hier drin war ja auch noch nicht das ist exakt die gleiche Map ja das sollte es ja auch sein ich finde das so geil wie wenig Mühe sie sich da sieht man mal wie wenig Mühe sie sich gegeben haben bei normalen Maps und jetzt haben sie sich so geil viel Mühe gegeben finde ich ja kill kill wir dürfen jetzt kill ich will dich nicht kill das war richtig schlecht Waffe leer ich hab so schlecht geschossen ey ja und da hast du dir gedacht ne kill ich jetzt nicht oder was genau ok und bei A wurde jetzt geplantet oder was mhm weird mit 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 mit